Vorleser.net Klassiker der Weltliteratur Der Schimmelreiter von Theodor Storm Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kundgeworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte. Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die Linderhand der über 80-Jährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben. Vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelb-grauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ, denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt, meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten, und ich verdachte es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend, krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufe meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier. Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harten besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen, selbstgezogenen Perinette und Grand-Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davon geritten. Wart nur, bis du ans Meer kommst, hatte er noch an seiner Haustür mir nachgerufen, du kehrst noch wieder um. Dein Zimmer wird dir vorbehalten. Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es Pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf. Sei kein Narr, kehr um und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest. Dann aber fiel's mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel. Und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen. Und bald, da sie näher kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen, und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter. Aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war's, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hinterdrein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Koge unten das Wasser einer großen Wehle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden, und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte. Vor mir von unten aus dem Koge schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen. Dicht vor mir aber, auf halber Höhe des Binnendeiches, lag ein großes Haus derselben Art. An der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet. Dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte, trotz des Sturmes sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, dass es ein Wirtshaus war, denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten Ricks, das heißt, auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Ringen zum Anbinden des Viehs und der Pferde, die hier Halt machten. Ich band das Meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. »Ist hier Versammlung?« frug ich ihn, da mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegentrang. »Ist wohl so was,« entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch. Und ich erfuhr, daß hier der Deichgraf und die Gevollmächtigten wegen der drohenden Sturmflut zusammengekommen waren. Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlang lief. Eine Punschbohle stand darauf und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen. Ich grüßte und bat mich, zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. »Sie halten hier die Wacht,« sagte ich, mich zu jenem Manne wendend. »Es ist bös, Wetter draußen. Die Deiche werden ihre Not haben.« »Gewiß,« erwiderte er, »wir hier an der Ostseite aber glauben jetzt außer Gefahr zu sein. Nur drüben an der anderen Seite ist's nicht sicher. Die Deiche sind dort meist noch mehr nach altem Muster. Unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. Uns ist vorhin da draußen kalt geworden und Ihnen,« setzte er hinzu, »wird es ebenso gegangen sein. Aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten. Wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten.« Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben. Ich erfuhr bald, daß mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei. Wir waren ins Gespräch gekommen und ich hatte begonnen, ihm meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam und ich bemerkte plötzlich, daß alles Gespräch umher verstummt war. »Der Schimmelreiter«, rief einer aus der Gesellschaft und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die Übrigen.« Der Deichgraf war aufgestanden. »Ihr braucht nicht zu erschrecken,« sprach er über den Tisch hin. »Das ist nicht bloß für uns. Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten. Mögen Sie auf alles vorgefasst sein.« Mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. »Verzeiht«, sprach ich, »was ist das mit dem Schimmelreiter?« Abseits hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner, hagerer Mann in einem abgeschabten schwarzen Röcklein. Die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der anderen teilgenommen, aber seine bei dem spärlichen grauen Haupthaar noch immer mit dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, daß er nicht zum Schlaf hier sitze. Gegen diesen streckte der Deichgraf seiner Hand. »Unser Schulmeister«, sagte er mit erhobener Stimme, »wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können, freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig wie zu Haus meine alte Wirtschafterin Antje 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 Vollmas es beschaffen würde. Ihr scherzet, Deichgraf«, kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, »dass ihr mir euren dummen Drachen wollt zur Seite stellen.« »Ja, ja, Schulmeister«, erwiderte der andere, »aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein.« »Freilich«, sagte der kleine Herr, »wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung.« Und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht. »Sie sehen wohl«, raunte der Deichgraf mir ins Ohr, »er ist immer noch ein wenig hochmütig. Er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben.« Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. »Erzählt, erzählt nur, Schulmeister!« riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft. »Nun freilich«, sagte der Alte sich zu mir wendend, »will ich gern zu Willen sein. Aber es ist viel Aberglaube dazwischen und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen. Ich muss euch bitten, den nicht auszulassen, erwiderte ich, traut mir nur zu, daß ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde. Der Alte sah mich mit verständnisvollem Lächeln an. »Nun also«, sagte er, »in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr, um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr Verstand als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Aber es reichte doch wohl kaum, denn was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen. Sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr hörtet wohl schon, Herr, die Friesen rechnen gut und habet auch wohl schon über unseren Hans Momsen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Busolen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen, freilich wohl nur ein kleines. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh geraste, ging unterweilen im Herbst und Frühjahr auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln in seiner Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wußte, schüttelte den Kopf und sprach, das kann ich dir nicht sagen. Genug, es ist so, und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch. Einer, der Euklid hieß, hat's geschrieben. Das wird's dir sagen. Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden, denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und holländisch, wenngleich es doch halb deutsch war, verstanden alle beide nicht. Ja, ja, sagte er, das Buch ist noch von meinem Vater. Der verstand es. ist denn kein Deutscher da? Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, darf ich's behalten? Ein Deutscher ist nicht da. Und als der alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. Auch das frug er wieder. nimm nimm sie alle beide, sagte Tede Hein, sie werden dir nicht viel nützen. Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, fast überall verstand. Als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, dass die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, in gleichen, dass er auch selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen sei, so schickte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit anderen Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren musste. Das wird ihn vom Euclid kurieren, sprach er bei sich selber. Und der Junge karrte. Aber den Euclid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf seinem Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manch einmal die Arbeit eingestellt werden mußte, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinauf schlugen. Erst wenn ihm die Füße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die Seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deich damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, daß alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte. Dann stand er auf und trabte halb durchnäßt nach Hause. Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Messgeräten putzte, fuhr diese auf. Was treibst du da draußen? Du hättest ja versaufen können. Die Wasser beißen heute in den Deich. Hauke sah ihn trotzig an. Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättest versaufen können. Ja, sagte Hauke, ich bin doch nicht versoffen. Nein, er widerte nach einer Weile der Alte und sah ihm wie abwesend ins Gesicht. Diesmal noch nicht. Aber, sagte Hauke wieder, unsere Deiche sind nichts wert. Was für was, Junge? Die Deiche, sag ich. Was sind die Deiche? Sie taugen nichts, Vater, erwiderte Hauke. Der Alte lachte ihm ins Gesicht. Was denn, Junge, du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck? Aber der Junge ließ sich nicht irren. Die Wasserseite ist zu steil, sagte er. Wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersaufen. Der Alte holte seinen Kautabak aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. Und wie viel Karren hast du heute geschoben, frug er ärgerlich. Denn er sah wohl, dass auch die Deich Arbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können. Weiß nicht, Vater, sagte dieser, so was die anderen machten, vielleicht ein halbes Dutzend mehr, aber die Deiche müssen anders werden. Nun, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus, du kannst es ja vielleicht zum Deich Graf bringen, dann mach sie anders. Ja, Vater, erwiderte der Junge. Der Alte sah ihn an und schluckte ein paar Mal. Dann ging er aus der Tür. Er wusste nicht, was er dem Jungen antworten sollte. Auch als zu Ende Oktober die Deich Arbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haff hinaus für Hauke Hain die beste Unterhaltung. Den Allerheiligen Tag, um den herum die Äquinoxialstürme zu Tosen pflegen und von dem wir sagen, dass Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er wie heut die Kinder das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche Mutterseelen allein. Und wenn die Möwen entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte. Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht, dann setzte er sich neben den alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin, die Ausspülung der Wellen nachzumachen. Oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es seiner Meinung nach sein mußte. Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein. Auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hineingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare, eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag. Im Februar, bei dauerndem Frostwetter, wurden angetriebene Leichen gefunden. Draußen am offenen Haff auf dem gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Hain. Glaubt nicht, daß sie wie Menschen aussahen, rief sie. Nein, wie die Seeteufel, so große Köpfe, und sie hielt die ausgespreizten Hände von weitem gegeneinander. Gnidderschwarz und blank wie frisch gebacken Brot. Und die Krabben hatten sie angeknabbert, und die Kinder schrien laut, als sie sie sahen. Dem alten Hain war sowas just nichts Neues. Sie haben wohl seit November schon in See getrieben, sagte er gleichmütig. Hauke stand schweigend daneben, aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen, oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stellen brüten mußte. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war, als die klagenden Stimmen der großen Vögel, die rasch vorüberschossen. Zu seiner linken die leere weite Marsch, zur andern Seite der unabsehbare Strand, mit seiner jetzt vom als liege die ganze Welt in weißem Tod. Hauke blieb oben auf dem Deiche stehen und seine scharfen Augen schweiften weit umher. Aber von Toten war nichts mehr zu sehen. Nur wo die unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Linien. Er lief nach Hause. Aber an einem der nächsten Abende war rum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten. Wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin. Denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab. Sie schienen ihm so groß wie Menschen. seltsamen erschreckenden Gebärden. Mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf und ab spazieren. Plötzlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen. Dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form. Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen? dachte Hauke. Heio! schrie er laut in die Nacht hinaus. Aber die draußen kehrten sich nicht an seinem Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Nacken tragen. Aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel fest in den Klei des Deiches und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. Seid Seid ihr auch hier bei uns sprach er mit harter Stimme Ihr sollt mich nicht vertreiben Erst als die Finsternis alles bedeckte schritt er steifen langsamen Schrittes heimwärts Aber hinter ihm drein kam es wie Flügel rauschen und hallendes Geschrei Er sah nicht um aber er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach hause Doch niemals soll er seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben Erst viele Jahre später hat er sein blödes Mädchen womit später der Herrgott ihn belastete um dieselbe Tages und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinaus genommen und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben Aber er hat ihr gesagt sie solle sich nicht fürchten das seien nur die Fisch Reier und die Krähen die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen die holten sich die Fische aus den offenen Spalten Weiß Gott Herr unterbrach sich der Schulmeister Es gibt auf Erden allerlei Dinge die ein ehrlich Christenherz verwirren können Aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf Da ich nichts erwiderte wollte er fortfahren Aber unter den übrigen Gästen die bisher lautlos zugehört hatten nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend entstand eine plötzliche Bewegung Erst einzelne dann fast alle wandten sich dem Fenster zu Draußen man sah es durch die unverhangenen Fenster trieb der Sturm die Wolken und Licht und Dunkel jagten durcheinander Aber auch mir war es als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen gesehen Wart er ein wenig Schulmeister sagte der Deichgraf fleise ihr braucht ihr braucht euch nicht zu fürchten Deichgraf erwiderte der kleine Erzähler ich habe ihn nicht geschmäht und habe auch dessen keine Ursache und er sah mit seinen kleinen klugen Augen zu ihm auf ja ja meinte der andere lass er sein Glas nur wieder füllen und nachdem das geschehen war und die Zuhörer meist mit etwas verdutzten Gesichtern sich wieder zu ihm gewandt hatten fuhr er in seiner Geschichte fort so für sich und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend wuchs Hauke zu einem langen hageren Burschen auf er war schon über ein Jahr lang eingesegnet da wurde es auf einmal anders mit ihm und das kam von dem alten weißen Angorakater welchen der alten Trin Jans einst ihr später verunglückter Sohn von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte Trin wohnte ein Gutstück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Karte und wenn die Alte in ihrem Hause herum arbeitete so pflegte diese Unform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinaus zu blinzeln ging Hauke vorbei so mauzte der Kater ihn an und Hauke nickte ihm zu die beiden wussten was sie miteinander hatten nun aber war es einmal im Frühjahr und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich schon weiter unten dem Wasser zu zwischen Strandnelken und dem duftenden See Wermut und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen Er hatte sich tags zuvor droben auf der Gest die Taschen voll von Kieseln gesammelt und als in der Ebbezeit die Watten losgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinhuschten holte er jählings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln Er hatte das von Kindesbeinen angeübt und meistens blieb einer auf dem Schlick geliegen aber ebenso oft war er dort auch nicht zu holen Hauke hatte schon daran gedacht den Kater mitzunehmen und als abortierenden Jagdhund zu dressieren aber es gab auch hier und dort feste Stellen oder Sandlager solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute selbst saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf als er heute eine Jacke auf der Schulter heimging trug er nur einen ihm noch unbekannten aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit nach Hause und der Kater mautzte wie gewöhnlich als er ihn kommen sah aber Hauke wollte seine Beute es mag ein Eisvogel gewesen sein diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an der Gier des Tieres um Schicht rief er ihm zu heute mir morgen dir das hier ist kein Kater fressen aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen Hauke Hauke stand und sah ihn an der Vogel hing an seiner Hand und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen denn während er ihm seinen Rücken zugewand hatte und eben für Bass wollte fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch Grimm wie gleichfalls eines Raubtiers flog dem jungen Menschen ins Blut er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und würgte es dass die Augen ihm aus den rauen Haaren vorquollen nicht achtend dass die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten hoi schrie er und packte ihn noch plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter und Hauke ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Karte der Alten da sie sich nicht rührte wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort aber der Angorakater war das Kleinod seiner Herren er war ihr Geselle und das einzige was ihr Sohn der Matrose ihr nachgelassen hatte nachdem er hier an der seinen jähen Tod gefunden hatte da er im Sturm seiner Mutter beim Porn fangen hatte helfen wollen Hauke mochte kaum hundert Schritte weiter getan haben während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden auffing als schon von der Karte her ihm ein Geheul und Zetern in die Ohren gelte da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen das kreise Haar flog ihr im Winde um das rote Kopftuch tot rief sie tot und sie erhob dreuend ihren mageren Arm gegen ihn du sollst verflucht sein du hast ihn tot geschlagen du nichtsnutziger Strandläufer du warst nicht wert ihm seinen Schwanz zu bürsten sie warf sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort das noch aus Nase und Schnauze ran dann hob sie aufs Neue an zu zetern bist du bald fertig rief Hauke ihr zu dann lass dir sagen ich will dir einen Kater schaffen der mit Maus und Rattenblut zufrieden ist darauf ging er scheinbar auf nichts mehr achtend für Bass aber die tote Katze musste ihm doch denn er ging als er zu den Häusern gekommen war an dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu inmittels wanderte auch Trinjans auf demselben Weg in der gleichen Richtung sie trug in einem alten blau karierten Kissen Überzug eine Last in ihren Armen die sie sorgsam als wärs ein Kind umklammerte ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind was schleppt sie da Trina frug ein Bauer der ihr entgegen kam mehr als dein Haus und Hof erwiderte die Alte dann ging sie eifrig weiter als sie dem unten liegenden Hause des alten Haien nahe kam ging sie den Akt wie man bei uns die Trift und Fuß Wege nennt die schräg an der Seite des Deiches hinab oder hinaufführen zu den Häusern hinunter der alte Tee der Haien stand eben vor der Tür und sah ins Wetter Natrin sagte er als bringt sie Neues in ihrem Sack erst lass mich in die Stube Tede Haien dann soll er es sehen und ihre Augen sahen ihn mit seltsamem Funkeln an so kommen sie sagte der alte fast gingen ihnen die Augen des dummen Weibes an und als beide eingetreten waren fuhr sie fort bring er den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch was hat er denn immer zu schreiben so und nun wisch er ihn sauber ab und der alte der fast neugierig wurde tat alles was sie sagte dann nahm sie den blauen Überzug bei beiden Zipfen und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch da hat er ihn rief sie sein Hauke hat ihn tot geschlagen hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres legte ihm die Tatzen zusammen neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raunte ihm unverständliche Zärtlichkeiten in die Ohren Tede Tedehain sah dem zu So sagte er Hauke hat ihn tot geschlagen Er wusste nicht was er mit dem heulenden Weibe machen sollte Die Alte nickte ihn grimmig an Ja ja so Gott das hat er getan und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen Kein Kind kein Lebigs mehr klagte sie und er weiß es ja auch wohl uns Alten wenn's nach aller Heiligen kommt frieren abends im Bett die Beine und statt zu schlafen hören wir den Nordwest an unseren Fenster Läden rappeln ich hör's nicht gern Tedehain er kommt daher wo mein Junge mir im Schlick versank Tedehain nickte und die Alte streichelte das Fell ihres Totenkaters der aber begann sie wieder wenn ich winters am Spinnrad saß dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen und kroch ich wenn's mir kalt wurde in mein Bett es dauerte nicht lang so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine und wir schliefen so warm mitsammen als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett die Alte als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung sah den neben ihr am Tische stehenden Alten mit ihren funkelnden Augen an Tedehain aber sagte bedächtig ich weiß ihr einen Rat Trinjans und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silber Münze aus der Schublade sie sagt dass Hauke ihr das Tier vom Leben gebracht hat und ich weiß sie lügt nicht aber hier ist ein Krontaler von Christian dem Vierten damit kauft sie sich ein gegerbtes Lammfell für ihre kalten Beine und wenn unsere Katze nächstens Junge wirft so mag sie sich das größte davon aussuchen das zusammen tut wohl einen altersschwachen Angorakater und nun nehmen sie das Stadt und halt sie das Maul das es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Taler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen die sie unter ihren Röcken trug Dann stopfte sie den Kater wieder in das Bett bür wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und stagte zur Tür hinaus Vergiss er mir nur den jungen Kater nicht rief sie noch zurück Eine Weile später als der alte Haien in dem engen Stüblein auf und abschritt trat Hauke herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch Als er aber Fleck sah frug er wie beiläufig Was ist denn das Der Vater blieb stehen Das ist Blut was du hast fließen machen Dem Jungen schoss es doch heiß ins Gesicht Ist denn Trinjans mit ihrem Kater hier gewesen Der alte nickte Weshalb hast du ihr den Tod geschlagen Hauke entblößte seinen blutigen Arm Deshalb sagte er Er hatte mir den Vogel fortgerissen Der alte sagte nichts hierauf Er begann eine Zeit lang wieder auf und ab zu gehen Dann blieb er vor dem Jungen stehen und sah eine Weile wie abwesend auf ihn hin Das mit dem Kater hab ich reingemacht sagte er dann Aber siehst du Hauke die Karte hier ist zu klein Zwei Herren können darauf nicht sitzen Es ist nun Zeit Du musst dir einen Dienst besorgen Ja Vater entgegnete Hauke Habt dergleichen auch gedacht Warum frug der Alte Ja man wird grimmig in sich wenn man es nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann So So sagte der Alte Und darum hast du den Angora tot geschlagen Das könnte leicht noch schlimmer werden Er mag wohl recht haben Vater Aber der Deich Graf hat seinen Kleinknecht fortgejagt Das könnte ich schon verrichten Der Alte begann wieder auf und ab zu gehen und spritzte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich Der Deich Graf ist ein Dummkopf dumm wie eine Saatgans Er ist nur Deich Graf weil sein Vater und Großvater es gewesen sind und wegen seiner 29 Fennen Wenn Martini herankommt und hernach die Deich- und Sielrechnungen abgetan werden müssen Dann füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Meht und Weizenkringen und sitzt dabei und nickt wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunter läuft und sagt Ja ja Schulmeister Gott vergönns ihm was kann er rechnen Wenn aber einmal der Schulmeister nicht kann oder auch nicht will dann muss er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus und der große dumme Kopf wird ihm rot und heiß und die Augen quellen wie Glaskugeln als wollte das bisschen Verstand da hinaus Der Junge stand gerade auf vor dem Vater und wunderte sich was der reden könne So hatte er es noch nicht von ihm gehört Ja Gott tröst sagte er Dumm ist er wohl Aber seine Tochter Elke die kann rechnen Der Alte sah ihn scharf an Ahoi Hauke rief er Was weißt du von Elke Volkertz Nichts Vater Der Schulmeister hat's mir nur erzählt Der Alte antwortete nicht darauf Er schob nur bedächtig seinen Tabaksknoten aus einer Backe hinter die andere Und du denkst sagte er dann Du wirst dort auch mit rechnen können Oh ja Vater das möcht schon gehen erwiderte der Sohn und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund Der Alte schüttelte den Kopf Nun aber meinet halb versuch einmal dein Glück Dank auch Vater sagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstadt auf dem Boden Hier setzte er sich auf die Bett kannte und sann weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkerts angerufen habe Er kannte sie freilich das ranke 18-jährige Mädchen mit dem bräunlichen schmalen Antlitz und den dunklen Braun die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase ineinander liefen Doch hatte er noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen Nun wenn er zu dem alten Tede Volkerts ging wollte er sie doch besser darauf ansehen was es mit dem Mädchen auf sich habe Und gleich jetzt wollte er gehen damit kein anderer ihm die Stelle abjage Es war ja kaum noch Abend Und so zog er seine Sonntagsjacke und seine besten Stiefel an und machte sich guten Mutes auf den Weg Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohe Werfte besonders durch den höchsten Baum des Dorfes eine gewaltige Esche schon von weitem sichtbar Der Großvater des jetzigen der erste Deichgraf des Geschlechtes hatte in seine Jugend eine solche Osten der Haustür hier gesetzt Aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablässigen Winde wie von alten Zeiten rauschte Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war sah er droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen Ihr einer etwas hagerer Arm hing schlaff herab die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen von denen je einer zu beiden Seiten der Tür in der Mauer war damit wer vor das Haus ritt sein Pferd daran befestigen könne Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinab sank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hin dann und dachte bei sich so ist sie nicht so dösig dann war er oben guten Abend auch sagte er zu ihr tretend wonach guckst du denn mit deinen großen Augen Jungfer Elke nachdem erwiderte sie was hier alle Abend vor sich geht aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist sie ließ den Ring aus der Hand fallen daß er klingend gegen die Mauer schlug was willst du Hauke Hein frug sie was dir hoffentlich nicht zuwider ist sagte er dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt da dachte ich bei euch in Dienst sie ließ ihre Blicke an ihm herunter laufen du bist noch so was schlantrig Hauke sagte sie aber uns dienen zwei feste Augen besser als zwei feste Arme sie sah ihn dabei fast düster an aber Hauke hielt ihr tapfer stand so so fuhr sie fort der wirt ist in der stube lass uns hineingehen am anderen tage trat Tede Hain mit seinem Sohne in das geräumige Zimmer des Deichgrafen die Wände waren mit glasurten Kacheln bekleidet auf denen hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Ufer Platz dort ein Rind das kauernd vor einem Bauernhause lag den Beschauer vergnügen konnte unterbrochen war diese dauerhafte tapete durch ein mächtiges wandbett mit jetzt zugeschobenen türen und einen wandschrank der durch seine beiden glastüren allerlei porzellan und silber geschirr erblicken ließ neben der tür zum anstoßenden pesel war hinter einer glasscheibe eine holländische schlag uhr in die wand gelassen der starke etwas schlagflüssige hauswirt saß am ende des blank gescheuerten tisches im lehnstuhl auf seinem bunten wollenpolster er hatte seine hände über dem bauch gefaltet und starrte aus seinen runden augen befriedigt auf das gerippe einer fetten ente gabel und messer ruhten vor ihm auf dem teller guten tag deich graf sagte haien und der angeredete drehte langsam kopf und augen zu ihm hin ihr seid es tede entgegnete er und der stimme war die verzehrte fette ente anzuhören setzt euch es ist ein gut stück von euch zu mir herüber ich komme deich graf sagte tede haien indem er sich auf die an der wand entlang laufende bank dem anderen im winkel gegenüber setzte ihr habt verdruß mit eurem kleinknecht gehabt und seid mit meinem jungen einig geworden ihn an dessen stelle zu setzen der deichgraf nickte ja ja tede aber was meint ihr mit verdruß wir marschleute haben gott tröst uns was dagegen einzunehmen und er nahm das vor ihm liegende messer und klopfte wie liebkosend auf das gerippe der armen ente das war mein leibvogel setzte er behaglich lachend hinzu sie fraß mir aus der hand ich dachte sagte der alte haien das letzte überhörend der bengel hätte euch unheil im stall gemacht unheil ja tede freilich unheil genug der dicke mops braten hatte die kälber nicht gebarmt aber er lag vollgetrunken auf dem heuboden und das viehzeug schrie die ganze nacht vor durst dass ich bis mittag nachschlafen musste dabei kann die wirtschaft nicht bestehen nein deichgraf aber dafür ist keine gefahr bei meinem jungen hauke stand die hände in den seitentaschen am türpfosten hatte den kopf im nacken und studierte die fensterrahmen ihm gegenüber der deichgraf hatte die augen zu ihm gehoben und nickte hinüber nein nein tede und er nickte nun auch dem alten zu euer hauke wird mir die nachtruh nicht verstören der schulmeister hat's mir schon vor dem gesagt der sitzt lieber vor der rechentafel als vor einem glas mit brandwein hauke hörte nicht auf diesen zuspruch denn elke war in die stube getreten und nahm mit ihrer leichten hand die reste der speisen von dem tisch ihn mit ihren dunklen augen flüchtig streifend da fielen seine blicke auch auf sie bei gott und jesus sprach er bei sich selber sie sieht auch nicht so dösig aus das mädchen war hinausgegangen ihr wisset tede begann der deichgraf wieder unser herrgott hat mir einen sohn versagt ja deichgraf aber lasst euch das nicht kränken denn im dritten gliede soll der familienverstand ja verschleißen euer großvater das wissen wir noch alle war einer der das land geschützt hat der deichgraf nach einigem besinnen sah schier verdutzt aus wie meint ihr das tedehain sagte er und setzte sich in seinem lehnstuhl auf ich bin ja doch im dritten gliede ja so nichts für ungut deichgraf es geht nur so die rede und der hagere tedehain sah den alten würdenträger mit etwas boshaften augen an der aber sprach unbekümmert ihr müsst euch von alten weibern dergleichen torheit nicht aufschwatzen lassen tedehain ihr kennt nur meine tochter nicht die rechnet mich selber dreimal um und um ich wollt nur sagen euer hauke wird außer im felde auch hier in meiner stube mit feder oder rechenstift so manches profitieren können was ihm nicht schaden wird ja ja deichgraf das wird er da habt ihr völlig recht sagte der alte hain und begann dann noch einige vergünstigungen bei dem mietkontrakt sich auszubedingen die abends vorher von seinem sohne nicht bedacht waren so sollte dieser außer seinen leinenden hemden im herbst auch noch acht paar wollende strümpfe als zugabe seines lohnes genießen so wollte er selbst ihn im frühling acht tage bei der eigenen arbeit haben und was dergleichen mehr war aber der deichgraf war zu allem willig hauke hain schien ihm eben der rechte kleinknecht nun gott tröst dich junge sagte der alte da sie eben das haus verlassen hatten wenn der dir die welt klar machen soll aber hauke erwiderte ruhig lass er nur vater es wird schon alles werden und hauke hatte so unrecht nicht gehabt die welt oder was ihm die welt bedeutete wurde ihm klarer je länger sein aufenthalt in diesem hause dauerte vielleicht umso mehr je weniger ihm eine überlegene einsicht zur hilfe kam und je mehr er auf seine eigene kraft angewiesen war mit der er sich von jeher beholfen hatte einer war freilich im hause für den er nicht der rechte zu sein schien das war der großknecht ole peters ein tüchtiger arbeiter und ein maulfertiger geselle ihm war der träge aber dumme und stämmige kleinknecht von vorhin besser nach seinem sinn gewesen dem er ruhig eine tonne hafer auf den rücken hatte laden und den er nach herzenslust hatte herumstoßen können dem noch stilleren aber ihn geistig überragenden hauke vermochte er in solcher weise nicht beizukommen der hatte eine gar zu eigene art ihn anzublicken trotzdem verstand er es arbeiten für ihn auszusuchen die seinem noch nicht gefesteten körper hätten gefährlich werden können und hauke wenn der großknecht sagte da hättest du den dicken miss nur sehen sollen dem ging es von der hand faßte nach kräften an und brachte es wenn auch mit mühsal doch zu ende ein glück war es für ihn daß elke selbst oder durch ihren vater das meistens abzustellen wußte man mag wohl fragen was mitunter ganz fremde menschen aneinander bindet vielleicht sie waren beide geborene rechner und das mädchen konnte ihren kameraden in der groben arbeit nicht verderben sehen der zwiespalt zwischen groß und kleinknecht wurde auch im winter nicht besser als nach martini die verschiedenen deichrechnungen zur revision eingelaufen waren es war an einem maiabend aber es war novemberwetter von drinnen im hause hörte man draußen hinterm deich die brandung donnern hey hauke sagte der hausherr komm herein nun magst du weisen ob du rechnen kannst uns wert entgegnete dieser denn so nennen hier die leute ihre herrschaft ich soll aber erst das jungvieh füttern elke rief der deichgraf wo bist du elke geh zu ole und sag ihm er soll das jungvieh füttern hauke soll rechnen und elke eilte in den stall und machte dem großknecht die bestellung der eben damit beschäftigt war das über tag gebrauchte pferdegeschirr wieder an seinen platz zu hängen ole peters schlug mit einer trense gegen den ständer neben dem er sich beschäftigte als wolle er sie kurz und klein haben hol der teufel den verfluchten schreiberknecht sie hörte die worte noch bevor sie die stalltür wieder geschlossen hatte nun frug der alte als sie in die stube trat ole wollte es schon besorgen sagte die tochter ein wenig sich auf die lippen beißend und setzte sich hauke gegenüber auf einen grob geschnitzten holzstuhl wie sie noch derzeit hier an winterabenden im hause selbst gemacht wurden sie hatte aus einem schubkasten einen weißen strumpf mit rotem vogelmuster genommen an dem sie nun weiter strickte die langbeinigen kreaturen darauf mochten reier oder störche bedeuten sollen hauke saß ihr gegenüber in seine rechnerei vertieft der deichgraf selbst ruhte in seinem lehnstuhl und blinzelte schläfrig nach haukes feder auf dem tisch brannten wie immer im deichgrafen hause zwei unschlittkerzen und vor den beiden in blei gefassten fenstern waren von außen die läden vorgeschlagen und von innen zugeschoben mochte der wind nun poltern wie er wollte mitunter hob hauke seinen kopf von der arbeit und blickte einen augenblick nach den vogelstrümpfen oder nach dem schmalen ruhigen gesicht des mädchens da tat es auf dem lehnstuhl plötzlich einen lauten schnarcher und ein blick und ein lächeln flog zwischen den beiden jungen menschen hin und wieder dann folgte allmählich ein ruhigeres atmen man konnte wohl ein wenig plaudern hauke wußte nur nicht was als sie aber das strickzeug in die höhe zog und die vögel sich nun in ihrer ganzen länge zeigten flüsterte er über den tisch herüber wo hast du das gelernt elke was gelernt frug das mädchen zurück das vogelstricken sagte hauke das von trinians draußen am deich sie kann allerlei sie war vor zeiten einmal bei meinem großvater hier im dienst da warst du aber wohl noch nicht geboren fragte hauke ich denk wohl nicht aber sie ist noch oft ins haus gekommen hat denn die die vögel gern frug hauke ich meint sie hielt es nur mit katzen elke schüttelte den kopf sie zieht ja enten und verkauft sie aber im vorigen frühjahr als du den angora totgeschlagen hattest sind ihr hinten im stall die ratten dazwischen gekommen nun will sie sich vorn am hause einen anderen stall bauen so sagte hauke und zog fast wild von einem zu der anderen was soll die konzession als aber hauke ihm dann die sache vorgetragen hatte klopfte er ihm lachend auf die schulter ei was der binnenweg ist breit genug gott tröst den deichgrafen sollt er sich auch noch um die entenstelle kümmern hauke fiel es aufs herz dass er die alte mit ihren jungen enten den ratten sollte preisgegeben haben und er ließ sich mit dem einwand abfinden aber uns wert begann er wieder es tät wohl dem und jenem ein kleiner zwicker gut und wollet ihr ihn nicht selber greifen so zwicket den gevollmächtigten der auf die deichordnung passen soll wie was sagt der junge und der deichgraf setzte sich vollends auf und elke ließ ihren strumpf sinken und wandte das ohr hinüber ja uns wert fuhr hauke fort ihr habt doch schon die frühlingsschau gehalten aber trotzdem hat peter jansen auf seinem stück das unkraut auch noch heute nicht gebuscht im sommer werden die stiegle zetter wieder lustig um die roten distel blumen spielen und dicht daneben ich weiß nicht wems gehört ist an der außenseite eine ganze wiege in dem deich bei schön wetter liegt es immer voll von kleinen kindern die sich darin wälzen aber gott bewahr uns vor hochwasser die augen des alten deichgrafen waren immer größer geworden und dann sagte hauke wieder was dann noch junge frug der deichgraf bist du noch nicht fertig und es klang als sei der rede seines kleinknechts ihm schon zu viel geworden ja dann uns wert sprach hauke weiter ihr kennt die dicke folina die tochter vom gevollmächtigten hardas die immer ihres vaters pferde aus der fenne holt wenn sie nur eben mit ihren runden waden auf der alten gelben stute sitzt hü hopp so geht's allemal schräg an der dosierung den deich hinan hauke bemerkte erst jetzt dass elke ihre klugen augen auf ihn gerichtet hatte und leise ihren kopf schüttelte er schwieg aber ein faustschlag den der alte auf den tisch tat dröhnte ihm in die ohren da soll das wetter dreinschlagen rief er und hauke erschrak beinahe über die bärenstimme die plötzlich hier hervorbrach zur brüche notier mir das dicke mensch zur brüche hauke die dirne hat mir im letzten sommer drei junge enten weggefangen ja ja notier nur wiederholte er als hauke zögerte ich glaub sogar es waren vier ei vater sagte elke war's nicht die otter die die enten nahm eine große otter rief der alte schnaufend werd doch die dicke folina und eine otter auseinander kennen nein nein vier entenhauke aber was du im übrigen schwatztest der herr oberdeichgraf und ich nachdem wir zusammen in meinem hause hier gefrühstückt hatten sind im frühjahr an deinem unkraut und an deiner wiege vorbeigefahren und haben's doch nicht sehen können ihr beide aber und er nickte ein paar mal bedeutsam gegen hauke und seine tochter danket gott dass ihr nicht deichgraf seid zwei augen hat man nur und mit hundert sollt man sehen nimm nur die rechnungen über die bestickungsarbeiten hauke und sieh sie nach die kerls rechnen oft zu liederlich dann lehnte er sich wieder in seinen stuhl zurück ruckte den schweren körper ein paar mal und überließ sich bald dem sorgenlosen schlummer dergleichen wiederholte sich an manchem abend hauke hatte scharfe augen und unterließ es nicht wenn sie beisammen saßen das eine oder andere von schädlichem tun oder unterlassen in deichsachen dem alten vor die augen zu rücken und da dieser sie nicht immer schließen konnte so kam unversehens ein lebhafterer geschäftsgang in die verwaltung und die welche früher im alten schlendrian fortgesündigt hatten und jetzt unerwartet ihre frevlen oder faulen finger geklopft fühlten sahen sich unwillig und verwundert um woher die schläge denn gekommen seien und ole der großknecht säumte nicht möglichst weit die offenbarung zu verbreiten und dadurch gegen hauke und seinen vater der doch die mitschuld tragen mußte in diesen kreisen einen widerwillen zu erregen die anderen aber welche nicht getroffen waren oder denen es um die sache selbst zu tun war lachten und hatten ihre freude dass der junge den alten doch einmal etwas in trab gebracht habe schad nur sagten sie dass der bengel nicht den gehörigen klei unter den füßen hat das gäbe später sonst einmal wieder einen deichgrafen wie vor dem sie da gewesen sind aber die paar demat seines alten die täten's denn doch nicht als im nächsten herbst der herr amtmann und oberdeichgraf zur schauung kam sah er sich den alten tede volkerts von oben bis unten an während dieser ihn zum frühstück nötigte wahrhaftig deichgraf sagte er ich dacht's mir schon ihr seid in der tat um ein halbstieg jahre jünger geworden ihr habt mir diesmal mit all euren vorschlägen warm gemacht wenn wir mit alledem nur heute fertig werden wird schon wird schon gestrenger herr oberdeichgraf erwiderte der alte schmunzelnd der ganzbraten da wird schon die kräfte stärken ja gott sei dank ich bin noch allezeit frisch und munter er sah sich in der stube um ob auch nicht etwa hauke um die wege sei dann setzte er in würdevoller ruhe noch hinzu so hoffe ich zu gott noch meines amtes ein paar jahre in segen walten zu können und darauf lieber deichgraf erwiderte sein vorgesetzter sich erhebend wollen wir dieses glas zusammen trinken elke die das frühstück bestellt hatte ging eben während die gläser aneinander klangen mit leisem lachen aus der stubentür dann holte sie eine schüssel abfall aus der küche und ging durch den stall um es vor der außentür dem federvieh vorzuwerfen im stall stand hauke hein und steckte den kühen die man der argen witterung wegen schon jetzt hatte heraufnehmen müssen mit der furke heu in ihre raufen als er aber das mädchen kommen sah stieß er die furke auf den grund nu elke sagte er sie blieb stehen und nickte ihm zu ja hauke aber eben hättest du drinnen sein müssen meinst du warum denn elke der herr oberdeichgraf hat den wirt gelobt den wirt was tut das mir nein ich mein den deichgrafen hat er gelobt ein dunkles rot flog über das gesicht des jungen mannes ich weiß wohl sagte er wohin du damit segeln willst werd nur nicht rot hauke du warst es ja doch eigentlich den der oberdeichgraf lobte hauke sah sie mit halbem lächeln an auch du doch elke sagte er aber sie schützelte den kopf nein hauke als ich allein der helfer war da wurden wir nicht gelobt ich kann ja auch nur rechnen du aber siehst draußen alles was der deichgraf doch wohl selber sehen sollte du hast mich ausgestochen ich hab das nicht gewollt dich am minsten sagte hauke zaghaft und er stieß den kopf einer kuh zur seite komm rotbunt friß mir nicht die furke auf du sollst ja alles haben denk nur nicht dass mir's leid tut hauke sagte nach kurzem sinnen das mädchen das ist ja mannes sache da streckte hauke ihr den arm entgegen elke gib mir die hand darauf ein tiefes rot schoss unter die dunklen brauen des mädchens warum ich lüg ja nicht rief sie hauke wollte antworten aber sie war schon zum stall hinaus und er stand mit seiner furke in der hand und hörte nur wie draußen die enten und hühner um sie schnatterten und krähten vorlesernet literatur zum träumen dann und der so